Ja hallo, herzlich willkommen bei HIZ, dem Video auf HeinzSchmitz.org. Wie Sie sehen, haben wir das Studio wieder voller Leute, die mehr Sachen wissen als ich. Zunächst möchte ich mal begrüßen Herrn von der Malzburg, virtuell im Bierenbach-Tal, nicht in der Eifel, im Oberbergichen. Und Wolfgang Back, der hat an sich den Kontakt zu Herrn von der Malzburg schon 200 Jahre, 300 Jahre. Ja, 22 Jahre. Da sind wir mal zusammen nach Aachen gefahren und haben diskutiert im Auto. Und da habe ich was erfahren über den Hut, dass Sie gerne eine Software hatten, die einen Hut erkennt, egal wie er aussieht. Gibt es das mittlerweile, diese Software? Ja, ja, das gibt es mittlerweile. Also erkennen Sie den Herrn hier neben mir? Ich habe vorher schon einen Hint gekriegt, er hat mir schon jemand zugeflüstert, wer es ist. Das kann ich Ihnen erkennen. Trotz Hut. Ja, heute erkennt man einen Hut von Bildern. Und zwar muss ich sagen, das ist irgendwie schändlich. Man muss also Hüte in allen Größen und Farben und Positionen und Lagen gesehen haben, um einen einzigen Hut zuverlässig zu erkennen. Das ist der Stand der Technik. Das bringt mich zu der Frage, erkennt ein Computer einen Fingerhut als Hut? Wenn man ihm das nicht ebenso ausführlich beibringt, dann erkennt er den Fingerhut nicht als Hut, nein. Aber der Mensch ist also dann doch noch ein bisschen im Vorteil, weil man sich denken kann, ach ja, er muss es einmal gehört haben, dass das ein Fingerhut ist, oder? Ja, ja. Also Kinder müssen ungefähr zwei oder drei Jahre alt sein. Und dann kann man ihnen ein neues Objekt wie ein Fingerhut einmal zeigen und sagen, das ist ein Fingerhut. Und dann kennen sie alle Fingerhüte der Welt, egal was die Farbe ist oder in welcher Position sie sehen oder von welcher Seite. Sehr beeindruckend. So, wir haben einen Rückblick gemacht in das Jahr 1995. Da waren wir bei Ihnen in der Ruhr-Universität, haben dann eine ganze Computer-Club aufgezeichnet. Und da hatten wir ein Gespräch über künstliche Intelligenz. Über neuronale Netze. Neuronale Netze und Gesichtserkennung. Und da war so das Ende, war so, dass man das noch immer offen stehen lassen musste, ob der Computer mal das Gehirn überholt. Wir können das Interview vielleicht mal einblenden. Das sind drei Minuten. Und dann können wir ja weiter reden. Ja, der Computer-Club ist ja nun schon fast 15 Jahre alt. Und im Jahr 1988, da trafen wir uns zum ersten Mal, Herr Professor von der Malzburg, damals noch Doktor von der Malzburg. Wir hatten da für die damalige Zeit ein gewagtes Thema. Da ging es um neuronale Netze. Und Sie sagten mir bei der Autofahrt einmal, das, was Sie gerne wissen möchten, das wäre, dass Sie einen Hut erkennen, egal in welcher Form. Können Sie den heute mit neuronalen Netzen erkennen? Sind Sie soweit? Ich denke, wir sind heute soweit. Und ich muss wirklich sagen, es ist erstaunlich, wie einfach die Systeme sind, mit denen man das kann. Sie sind unendlich viel einfacher, als man sich das mal gedacht hat. Ist es denn so, dass die neuronalen Netze wirklich die Strukturen des Gehirns nachsimulieren? Oder muss man da andere technische Wege gehen? Ist man davon weg, dass man das Gehirn als Vorbild nimmt? Oder ist es noch da? Ist es noch der Grund, der die neuronalen Netze ausmacht? Also ich freue mich sehr, dass noch heute die Verbindung zwischen den Neurowissenschaften einerseits und der Technik andererseits nicht abgerissen ist. Und da ein sehr lebhafter Austausch von Informationen passiert. Also heute ein sehr viel interdisziplinäreres Klima ist als damals, 1988 noch. Nun reden wir über Synapsen und über Neuronen bei neuronalen Netzen. Das sind ja nun die, die das Gehirn ausmachen. Die Technik hier, die Hardware ist hier ja auch ein ganzes Stück weiter gekommen. Man kann ja heute schon Hunderttausende von Neuronen zusammenbinden, was damals nicht der Fall war. Braucht man immer mehr dieser Neuronen und Synapsen in technischer Form und wo geht es hin? Ja, also wenn man an Bildverarbeitung denkt, hat man immer mit diesem Problem zu kämpfen, dass man diese ungeheure Flut von Daten hat. Und das war seit langer Zeit für den Rechner ein großes Problem. Wie jeder PC-Benutzer ja inzwischen weiß, man muss die Bilder immer komprimieren etc. Schon das ist ein großes Problem. Und wenn man jetzt daran denkt, wie viele verschiedene Tests man auf einem Bild fahren muss, mit wie vielen Daten man das Bild vergleichen muss, um rauszugehen, was da ist, da wird einem klar, was für eine ungeheure Rechenleistung man braucht. Und wir sind in dieser Richtung einfach unersättlich, mehr Rechenleistung haben zu wollen. Wir freuen uns sehr darüber, dass bei der Firma Siemens jetzt ein spezieller Chip entwickelt wird, der auf unsere Algorithmen zugeschnitten wird. Und der, wenn er voll gebaut wird, was hoffentlich der Fall ist, eine Rechenleistung von sechs Gigaflops haben wird. Also sechs Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Und das wird hoffentlich unser Maul dann für ein paar Jahre stopfen. Wenn man zu Ihnen kommt, in Ihr Institut für Neuroinformatik, läuft man an der Biologie vorbei. Ist das so gewollt? Arbeiten Sie mit den Biologen zusammen? Oder sind Sie da eine eigene Fakultät, die mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben will, weil Sie technisch denken? Wir sind beides. Wir sind ja solche Zwitterwesen. Wir interessieren uns für das Gehirn einerseits und wenden in der Technik an andererseits. Wir arbeiten, wir Neuroinformatiker, arbeiten sehr viel mit Biologen zusammen einerseits. Aber wir werden andererseits als Exoten, als sonderbare Menschen angesehen, die eben diese sonderbaren technischen Dinge noch nebenbei tun. Eine rhetorische Frage. Wird der Computer das Gehirn ersetzen? Irgendwann einmal wird er besser sein als das menschliche Gehirn? Nein. Also ich hoffe, es wird nie ein Computer geben, der mein Gehirn ersetzt und auch nicht Ihres, Herr Back. Das ist eine Frage, die in den Bereich von Science Fiction gehört. Das dauert sicher noch lang. Ich habe auch das Gefühl, dass wir ganz Wesentliches von dem Arbeitsprinzip des Gehirns noch nicht verstanden haben. Insbesondere die tolle Fähigkeit von unserem Gehirn aus Beispielen zu lernen, und zwar komplexesten Beispielen, das haben wir technisch noch nicht verdauert. Wenn das aber mal der Fall ist, und ich zweifle nicht daran, dass das kommen wird, dann werden technische Geräte in die Nähe dessen rücken, was unser Gehirn kann. Und dann müssen wir eine sehr intensive Diskussion darum anfangen, ob wir das überhaupt wollen. Also ich glaube nicht, dass Ihr Gehirn irgendwann mal ersetzt werden kann. Aber diese neuronalen Netze sind ja doch schon ein Ansatz, ähnlich zu arbeiten, wie wahrscheinlich das Gehirn arbeitet. Ja, und vor allen Dingen, was ist in diesen 22 Jahren passiert? Ist da sehr viel passiert? Nein, also ich muss ehrlich sagen, es ist erschreckend wenig passiert auf der konzeptionellen Seite. Die Konzepte, nach denen heute sehr erfolgreich agiert wird, zum Beispiel bei Google oder bei anderen Firmen, das sind Konzepte, die 30 Jahre alt sind, 35 Jahre alt sind, die damals nicht funktionierten, weil man erstens nicht die ausreichenden Computer hatte und zweitens nicht ausreichend Trainingsmaterial. Trainingsmaterial kriegt man heute über das Netz, und zwar ist es kein Problem für solche Firmen wie Google, 100 Millionen Bilder zu sammeln, an denen Menschen angebracht haben, also dran geschrieben haben, was da drauf ist. Ein Fingerhut, ein Hut, ein Hund, ein Collie oder ein Schäferhund oder wie auch immer. Das gab es vor zehn Jahren noch nicht. Und das macht heute diese, ja im Grunde genommen primitive Methode möglich, dass man eben alle Versionen von jedem Objekt in jeder Lage, in jeder Größe gesehen haben muss, um dieses Objekt zu erkennen. Wird denn da ein normaler Datenbankvergleich, Anführungszeichen, gemacht? Oder nimmt man da wirklich so Techniken, wie bei neuronalen Netzen angedacht waren? Naja, also es werden die rohen Bilder reingeschoben, plus natürlich sozusagen als Lehrer die Information dazu, was da drauf sein soll. Und dann lernt der Computer, also lernt das Netzwerk, das die Pixel mit dem Output verbindet, lernt das Netzwerk also die richtige Entscheidung treffen. So ein bisschen ist das ja auch bei Cortana oder Siri. Ist ja nun auch so ein ähnliches Projekt, wo die Spracherkennung stattfindet. Da gibt es ja nun automatisch quasi große, große Dateien. Denn früher hätte man da mit dem Mikrofon rumlaufen müssen und hätte sich denken müssen, was wird dann jemand mit dem Computer reden wollen überhaupt. Heute weiß man das durch die selbstwachsenden Dateien. Ja, auch da ist es so, dass die Spracherkennung oder auch die Sprachübersetzung möglich wird, durch gigantische Sammlungen von Sprachsignalen oder von Paaren von Sprachsignalen in einer Sprache und in der anderen. Das ist reine Statistik, ohne dass der Computer irgendwas davon wirklich versteht, sondern das ist eine rein mechanische Übersetzung. Ja, aber wenn man da Cortana fragt, willst du mich heiraten, kommt ja eine Antwort, wo Cortana das verstehen muss, was ich da gefragt habe. Ja, ja, also sobald mal die gesprochene Sprache in Zeichen übersetzt ist, dann ist das ja die normale Art, mit der der Computer umgehen kann, also kodierte Sprache. Und dann setzt also nun ein von Menschen geschriebenes Programm ein, das also nun die Verbindung herstellt und auf Verständnis des programmierenden Menschen aufsetzt. Sie haben ja mit der Gesichtserkennung, die wir damals angesprochen haben, in dem Interview, haben Sie ja große Erfolge gezeigt. Da ist ja viel passiert bei Ihnen, dass Sie, Sie haben ja auch eine oder zwei Firmen, glaube ich, und die ganzen Kameras, die auf den Flughäfen stehen, um da zu gucken, wer da die Gangway runterkommt und die Gesichter erkennt. Und das ist ja auch von Ihnen alles initiiert worden. Ja, damals war meine Gesichtserkennung Weltmeister für einige Zeit. Ich hatte die ja aufgesetzt in erster Linie, um meine Kollegen davon zu überzeugen, dass das Gehirn so funktioniert, wie ich behaupte. Die Absicht ist völlig ins Leere gegangen. Meine Kollegen haben das als Technik und nicht als ein Versuch, das Gehirn zu verstehen, angesehen. Aber inzwischen ist die Gesichtserkennung, also meine damalige Art von Gesichtserkennung, weit überholt von dieser Methode, über die wir jetzt schon geredet haben, Deep Learning aufsetzende Methode, die aus Millionen, Hunderten von Millionen von Gesichtsbildern die Merkmale rauszieht, die eben für die Identität wichtig sind und alles andere zu ignorieren gestattet. Also inzwischen ist meine Gesichtserkennung überholt und ich werde mich also jetzt in der nächsten Zeit anstrengen, um da wieder zu gewinnen, indem ich eine ganz andere Methode verwende, um die wesentlichen Merkmale aus dem Bild rauszukriegen. Kann man da schon ein bisschen was erfahren, was tatsächlich ändern wird? Ja, selbstverständlich. Also wir zerlegen ja, unser Gehirn zerlegt ja die Bilder in ganz verschiedene Aspekte, also Bewegung, Textur, Beleuchtung, Tiefenprofil, Material und so weiter und hat dann die Fähigkeit, das Bild als Zusammensetzung aus diesen Aspekten zu modellieren und zu rekonstruieren. Also um das Gesicht zu verdauen, benutzt unser Gehirn eben diese Zerlegung, die die Pose und die Form und die Beleuchtung und die Textur und den Tint, alle diese Sachen voneinander und die Identität, alle diese Sachen voneinander abtrennt, so weit, dass das Gesicht, so wie es in dem Bild ist, auf diese Weise erklärt werden kann. Und das Kriterium dafür, dass das System auf der richtigen Spur ist, ist eben diese Konsistenz, diese Fähigkeit, das, was da draußen ist, zu erklären, wie ein Wissenschaftler also nun irgendein Phänomen aus einer Theorie heraus erklärt. Das macht unser visuelles System und das gibt uns dann ja auch die Sicherheit, das verstanden zu haben, was da draußen ist. Wenn wir Auto fahren, ist das ja ungeheuer wichtig, dass wir uns auf unsere visuelle Wahrnehmung verlassen können und der glauben wir deswegen so gut, weil wir die nächsten Bilder, also die Bildabfolgen, die nächsten Bilder voraussehen können. Wenn wir also wissen, dass das Auto fährt in der Linkskurve, dann erwarten wir, dass die Bäume vor uns sich nach rechts bewegen und wenn das alles in diesem Sinne passt, wenn das alles stimmt, dann wissen wir ganz genau, dieses Bild ist richtig verstanden. Manchmal läuft man in eine Situation im Laden oder so, wo ganz viele Glasscheiben, Glasfenster sind und man sieht lauter Reflexe und man weiß gar nicht mehr, was mit wem zusammenhängt. Und dann bewegt man sich ein bisschen und sieht, ob die Bewegungen, die da tatsächlich in den Bildern stattfinden, mit denen zusammenpassen, was man denkt. Und erst, wenn das der Fall ist, glaubt man dem. Glauben Sie an das autonome Auto? Ja, ich glaube da dran. Aber ich glaube nicht, dass das in den nächsten 5 oder 10 Jahren soweit kommen wird, weil auch da es eben nötig ist, dass die Szene vor dem Auto mit Kameras oder mit Radar oder wie auch mit welchen Sensoren auch immer richtig verstanden wird. Sehr zuverlässig verstanden wird. Wir, wenn wir auf der Straße fahren, wissen ja genau, was da vor uns vor sich geht, jedenfalls bei guter Beleuchtung. Und bei schlechter Beleuchtung greifen wir zurück auf unsere Modelle davon, was wir erwarten. Wir wissen die Abstände zwischen den Straßenrändern und so weiter. Und wir haben unsere Geschwindigkeit. Wir können es auch im Dunkeln, also im relativ Dunkeln, können wir mit den Modellen, die wir im Gehirn haben, die Szene noch interpretieren. Also das autonome Auto wird erst wirklich zuverlässig und möglich sein, das vollautonome Auto, wo man hinten drin sitzt und Zeitung liest, wenn der Computer, der in dem Auto ist, die Szene im Detail verstehen kann. Und davon ist die Technik im Augenblick sehr weit entfernt. Also das reine Erkennen der Szene hilft in dem Falle nicht, autonom zu fahren, wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie sagen. Also was heißt Erkennen im Augenblick? Also das reine Visuelle Erkennen. Da ist ein Baum, da ist ein Haus, da ist ein Rand. Ja, auch das ist ein noch relativ ungelöstes Problem. Also für gängige Objekte wie ein Baum, ein Haus reicht die Methodik heute, weil man genügend Bilder sammeln und annotieren kann. Ich möchte nur erzählen, dass eine große amerikanische Firma das Problem lösen wollte, Hausnummern zu lesen und hat eine Milliarde Beispielbilder gesammelt, hat sie ins Netz gestellt und von Menschen übersetzen lassen, also die Nummern eintippen lassen und hat dann einen Riesenpark von Computern einen Monat lang orgeln lassen, bis das System gelernt hat, die Hausnummern zu lesen. Das ist nun ein Problem. Es gibt viele Probleme, also wenn ich zum Beispiel auf eine Kreuzung zufahre und der Schutzmann winkt mich weiter, es ist aber rot, dann muss ich weiterfahren. Dazu muss man auch das Winken des Schutzmanns als solches interpretieren und erst mal eine Million Bilder sammeln, in denen das also beispielhaft vorgeführt wird. Das heißt, das reine Erkennen der Szene, so wie Sie es eben gesagt haben, dass man also nun die Objekte und ihre Bewegungen erkennt, ist eine Sache. Und dann kommt ja noch was dazu, was vielleicht gar kein Sehproblem ist, nämlich das Verhalten zu steuern, zu wissen, wie also an einer Kreuzung, wo jemand von rechts kommt, fährt er nun, fährt er nicht, ergreife ich die Initiative und fahre ein bisschen schneller und bin also der Erste. Oder diese Art von Entscheidungen sind ja eine ganz komplexe Angelegenheit, die erst dann zuverlässig läuft, wenn also für jede Sorte von Entscheidungen, also ein Mütterchen geht auf den Bürgersteig und dreht sich plötzlich rum und will auf die Straße, das muss ich voraussehen und muss entsprechend also nur langsam fahren oder stoppen. Diese Art von komplexer Analyse der Szene im Sinne dessen, was passiert jetzt gleich und was darf ich da drin machen, das ist ein noch ziemlich weitgehend ungelöstes Problem. Ja, ich habe mal 1983 eine Sendung gemacht, das hieß Autopia. In diesem Autopia waren Spezialisten da, zum Beispiel der Forschungschef von VW, der hat mir dann so eine Karte in die Hand gegeben, da war ein Barcode drauf, hat mir erzählt, bald stecken sie das bei sich in ein Auto rein, das fährt sie dann zu mir. Und da haben wir die Diskussion gehabt mit dem Kolonnenfahren. Das Kolonnenfahren von Köln nach München mit Schlaf und mit Zeitung lesen, wie Sie eben sagten. Und da hieß es eigentlich so, das dauert nicht mehr lange, weil das können wir bald. Können wir das heute noch nicht? Das Kolonnenfahren ist das Einfachste. Die Autobahn ist ja schon vor 15 Jahren von meinem Kollegen Werner von Seelen in Bochum autonom befahren worden. Da kommt es ja nur darauf an, die Abstände zu halten und die Spur zu wechseln und solche Dinge. Das ist das geringere Problem, weil man sehr genau voraussehend, es geht sehr regelmäßig zu. Aber in der Innenstadt von Frankfurt, die ja doch ein Dschungel ist, zu wissen, wo man überhaupt fahren kann und wo man also abbiegen kann und wer da gerade... Wo sich das auch ändert, wo sich das auch ständig ändert. Plötzlich ist es eine Einbahnstraße. Ja, ja, ja. Also man wird es sehr bald fertig bringen, denke ich, in Normalsituationen das Auto autonom fahren zu lassen. Aber der Gesetzgeber wird es auch nicht erlauben, dass also nun der Fahrer sich hinten reinsetzt, statt, also es muss immer ein Fahrer da sein, der die Hände in der Nähe des Steuerrats hat, um einzugreifen, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Das wird noch lange so bleiben. Das, ja gut, dann müssen wir eben noch selber fahren. Gut, dass ich noch einen Führerschein habe. Wollen Sie denn Ihre Zukunftspläne, die Sie eben beschrieben haben, mit einer absolut neuen Gesichtserkennung, irgendwann mal, wie wollen Sie das umsetzen? Wollen Sie jetzt Ihren Rechner nehmen, in die Ecke setzen und ein bisschen programmieren oder wie stellen Sie sich das vor? Also ich sehe im Augenblick keine andere Möglichkeit, als dass ich eine Firma gründe, für die ich auch schon einen Namen habe, Platonite, die will ich mit Absicht nach Plato benennen, weil da die platonischen Ideen eine Rolle spielen. Und das sogenannte Höhlengleichnis, dass wir also doch die Bilder auf unserem Augenhintergrund nur Schatten der Wirklichkeit sind, aus der man die Wirklichkeit schließen muss. Das ist ja das von Plato beschriebene Höhlengleichnis. Also in dieser Firma möchte ich ein Team zusammenführen, das braucht schon sehr ernsthafte Programmierarbeit. Also der Computer in der Ecke ist sehr schön, aber ich alleine würde nicht sehr weit kommen. Vor allen Dingen sind die jungen Leute auch so wahnsinnig viel schneller, als ich Programme in Programme schreiben. Also in dieser Firma möchte ich ein künstliches Seelsystem bauen, trainieren, wachsen lassen, das als Input die virtuelle Realität von einem Computergrafiksystem kriegt und sozusagen dieses Computergrafiksystem umdrehen muss, aus den Bildern wieder das erschließen, was in die Szenenbeschreibung in der Computergrafik ursprünglich mal reingegangen ist. Was, wo, in welcher Bewegungsform und so weiter in der Szene vorhanden ist. Das ist mein Plan. Für Anwendung in der Medienindustrie, Überwachung? Also ich denke, man... Schauspieler in Filme reinrechnen? Also eine Sache ist selbstverständlich, dass man Motion Capture macht, das macht man ja heute schon, das kann aber natürlich noch viel besser und zuverlässiger werden, dass man also Szenen aufnimmt und aus den Szenen Daten rauszieht, die Computergrafikindustrie muss viel Geld dafür ausgeben, dass Künstler Modelle bauen und deren Bewegungsformen und so weiter. Das könnte man natürlich automatisieren, so wie Kinder aus Szenen, also neue Modelle für neue Objekte rausziehen, so könnte man das optimieren. Aber es gibt tausend Anwendungen, also natürlich Überwachung des eigenen Heims, wenn man nicht zu Hause ist, oder der Straße, oder öffentliche Plätze, oder der Verkehrsampeln, sodass die Verkehrsampeln also nach Verkehr umschalten, die autonomen Autos, Roboter, Haushaltsroboter wird es ja natürlich nie geben, wenn die nicht die Szene, in der sie sich bewegen, die völlig ungeordnet ist, die Szene verstehen können. Und schließlich sowas wie persönliche Assistenten, also mein Computer, der nicht nur auf Menü reagiert, sondern genau weiß, woran ich gerade, wofür ich mich gerade interessiere, oder dass ich gerade genervt bin, dass schon wieder dasselbe hier nicht funktioniert und darauf sensibel antworten kann, das sind alles Anwendungen, die erst möglich werden, wenn das Sehen funktioniert. Ja, auch die sogenannten Pflegeroboter, die ja lange Zeit schon in der Diskussion sind, dass wir alle im Alter einen Roboter brauchen, der uns hilft und der uns bewegt und der uns mit uns denkt und der uns den Kaffee kocht und was weiß ich alles, was der alles machen soll, dauert auch noch. Ja, ja, also dazu ist es natürlich nötig, dass also nun im Krankenzimmer dem Roboter völlig klar ist, was da an Gegenständen ist und wie die Tasse aussieht, die er handhaben soll und so weiter und so weiter. Ob nun der Kaffee da schon reingelaufen ist, das muss man ja alles sensorisch aufnehmen, bevor man darin richtig agieren kann. Genau. Wir werden das www.blatttonight.com bei uns hier einblenden. Das ist der erste Weg, um zu Ihnen zu kommen, um zu sehen und zu lesen, wenn man Englisch kann, was Sie vorhaben, was Sie denken und ja, ich hoffe, dass sich da einige melden werden. Und dass Sie auch schnell gute Leute kennen, damit wir bald mal Ergebnisse haben. Ja, da hoffe ich sehr drauf und rechne aber damit, dass da draußen junge Leute sind, die das schon immer mal wissen wollten, wie das gerne funktioniert und die immer schon die Absicht hatten, da einen wesentlichen Beitrag zu leisten, die würde ich gerne anziehen. Wir halten Ihnen die Daumen. Ja. Dann weißt du nämlich, dann kannst du später wieder deinen Hut aufziehen. Ja, mal gucken, wann der Hut erkannt wird. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Und ich bringe noch einen Fingerhut mit. Mal gucken. Aber dann musst du einen großen haben, wenn du den aufziehen willst. Großen Fingerhut? Ja. Wenn du auf deinen Kopf fassen sollst. Das wäre auch eine Idee. Ja, 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 ja. Ja, das war interessant. Das sind ja auch alles so Erinnerungen, die da kommen an die Arbeit, die wir beide gemacht haben. Also Sie auf eine andere Weise und ich auf eine andere Weise. Aber ich denke gerne auch an die Zeit zurück, als es mit dem Gehirn überhaupt erst anfing. Und dann kam ja mal zwischendurch so was. Google wollte überall eine Gesichtserkennung schon in sein Programm reinnehmen. Warum haben die das dann gelassen? Warum durften die das nicht? Die haben dieses Programm fallen gelassen. Überhaupt diese Sache mit dieser, Brille, dieser Datenbrille fallen lassen. Wegen sozialer Akzeptanz. Also die Menschen wollten das nicht, dass da andere auf die Weise rumlaufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das sehr unangenehm, wenn mich Leute freudestrahlend mit Namen begrüßen. Und ich muss vermuten, dass die nur eine intelligente Datenbrille haben und sich an mich in Wirklichkeit gar nicht erinnern. Na gut, wenn die Brille intelligenter ist als der Träger, dann wird es kritisch. Dann wird es kritisch. Herr von der Balzburg, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Wenn Sie mit Ihrer Firma weiter sind, dann erzählen Sie uns das. Und dann schauen wir uns das mal an, was Sie denn erkennen. Also ich hoffe sehr, dass es nicht 22 und nicht 12, sondern nur vier Jahre dauern wird. Bis dahin sind wir ja hoffentlich dann auch noch auf Sendung. Auch dir vielen Dank, Wolfgang. Auch Ihnen vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Und auf Wiedersehen bald hier auf 1Schmitz.org.